Seit diesem Gesetz lassen fast alle unsere Kunden ihre Winterreifen im Sommer bei uns einlagern. Und umgekehrt. Ja, du hast recht. Es ist ein neues Geschäft, aber was für ein Job. Was für ein Job? Warum? Man muss alles registrieren, alles befolgen. Was für ein Fehler. Und von den Verlusten und Fehlern verrate ich euch trotz allem nicht. Sie kennen die Reifenschutzlösung von Softwheel nicht? Wir haben hier kein Werkgesetz, nutzen es aber auch, weil viele unserer Kunden ihre Reifen wechseln, wenn der Winter oder Sommer naht. Nein. Sie haben eine Software entwickelt, die alles löst, alles ist markiert, nachverfolgt. Der Kunde findet seine Babys innerhalb einer Minute. Was für eine Zeitersparnis und keine Kopfschmerzen mehr. Das Programm verfolgt alles. Wenn ein Kunde nicht rechtzeitig zum Wechsel kommt, werden sie benachrichtigt. Das ist Service. Das ist noch nicht alles. Das Programm ist intelligent und erkennt den Verschleiß der Reifen, die gewechselt werden müssen. Unsere Kunden halten uns für Fakire. Ich will das Gleiche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.